Hallo zurück. Heute habe ich mich mit Robert über Sport unterhalten, welchen Sport er macht und warum er ihn macht. Viel Spaß bei dem Video. Hallo, heute reden wir über Sport. Erzähl uns ein bisschen darüber, ob du Sport machst und welchen. Ja, ich mag Sport. Ich bin nicht so begabt über Sport, wenn man viel Geschick braucht. Aber im Moment spiele ich meistens Pickleball. Pickleball ist eine Mischung zwischen Tischtennis und Badminton. Es macht viel Badminton. Es ist schwierig zu erklären, aber es ist viel Spaß. Man spielt mit vier Spieler, zwei an jeder Seite. Man bekommt viele Bewegungen. Es macht viel Spaß. Das ist mein Lieblingssport im Moment. In der Vergangenheit habe ich Tennis gespielt und ich mag laufen. Man braucht nicht so viel geschickt für laufen. Das war mein Sport viele Jahre. Ich habe lange rennen gemacht. Ja, so Pickleball, Laufen und hier. Wir spielen bocce. In Italien ist bocce, aber es ist auf Bolling. Man braucht eine Boll wie das und eine Boll wie das und eine Boll. Das ist die Zielball. Man muss den Ball in der Nähe von den Zielball rollen. Ja, das ist sehr sehr beliebt in Italien, in Spanien und Frankreich. Ja, ich kenne es aus Frankreich vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Es ist ein gutes Spiel für die ältere Leute, wie ich. Nicht so viel Bewegung, wenn man hat, Probleme mit Bewegung. Das ist auch ein gutes Sport. Ja. Okay. Ja, gibt es vielleicht auch einen Sport, den du noch machen möchtest, den du im Moment nicht machst? Ja, Tennis. Es gibt keine Tennis-Spieler hier. Alle wollen Pickleball spielen, nicht Tennis. Ich mag Tennis, aber keinen Partner finden. Okay, sehr gut. Vielen Dank für die Antwort. Okay, diesen Sport kannte ich jetzt nicht. Da muss ich mal nachschauen, was dieses Pickleball wirklich ist. Wenn du es weißt, dann schreibe es mir doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass einen Daumen hoch und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann. 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 Bis dann.